Warum, Will? Dich esse ich zum Nachtisch. Boah, mal Fleisch ein bisschen anklopfen hier. Oh, was denn hier los? Äh, ja, ich versuche die Frigadella zu synchronisieren. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt und auch überhaupt. Ja, das ist, wie man sehen kann, der Frido-Lin. Das ist die, ähm, das ist der Tränen-Mod... Alter, Alter, ich will die sehen und nicht... Das ist ein blödes Haus. Ja, das ist die Tränen-Mod halt, ne. Das sieht man, also das sind die ganzen, die ersten Schlömpels von Gronkh. Ähm, ja. Mit denen wollte ich halt auch interagieren. Also mit Gronkh, also da, um die wird sich's die nächsten Folgen drehen. Also, um die wird sich's drehen. Ha, 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 ha. Sehr gut. Ähm, ja. Äh, Mensch, du... So, der Rumpel. Warte mal. Gebürstet werden. Kann man machen. Dann spielen. Ja. So. Au, au, au! 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 Ich will gebürstet werden, du! Alte Saftprimel! Wieso geht die denn rein und wieder raus? Was, was... Boah. Erst erstmal hier mit einem schönen Fleischklopper hier. Das schöne... Das Fleisch schön... Sacht... Schön zart klopfen, damit ich's schön in die Pfanne brauen kann nachher. Mh, lecker. Rumpelbraten. Mh. Das kann ich mir schön... Da läuft mir schon die ganze Suppe im Mund zusammen, wenn ich mir das vorstelle. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut, wie ich das mach, weil ich... Geh mir zu nah ran. So. Ja, der Fridu, der ist... Kennt man ja, ne? Alter. Was geht hier ab? Was sucht die hier? Hat die... Haben die sich da angefreundet, oder wat? Alter. Ist ja unfassbar. Wo bleibt der Walle überhaupt? Walle! Ähm. Alter, du... Du sollst die begrüßen einfach. Geht doch. Noch nicht gleich so. Ach, aber es ging wahrscheinlich nicht, weil die im Haus stand. Oder wat? Ich hab keine Ahnung. Ach, die wollten ja... Spielen? Ja. Der Rumpel ist müde. Ähm. Ähm. Ach, die ging ja nicht. Ja, dann kann der Rumpel mal nach Hause. Dann wechseln die mal einfach. Tschüss, Rumpel. Oh! Partner-Tausch. Nancy. Idlon. Alter, der Walle und die Schlömpel, ey. Das ist... Ohohoho. Ein Bild für die Gürtel eigentlich. Oh, Alter. Wenn ich da die... Wenn ich das jetzt so drehen würde. Nee. Wenn ich das jetzt so... Oh! Mh. 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 Alter. Alter, wie das aussieht. Sieht aus, als wenn er die knutschen würde einfach. Alter. Ja, die Tränen und die schläft. Das ist klar, aber... Ja, was kann der Walle mit das Dings noch machen? Was macht der? Achso. Der muss ja auch noch ein bisschen mit ihr interagieren, ne? So ein bisschen. Aber er soll ja mit ihr nicht da ein bisschen... Der soll sich ja mit ihr nicht anbändeln. Auch wenn es geil wäre, so... Gronkh mit Lara Croft. Wäre schon nicht schlecht, aber... Ich hab was vor. Ich hab was vor. Ja, romantisch nicht. Kennenlernen. Freundlich. Geschichte erzählen. Freundlich. Ja, wer konnte... Da konnte ich unterreden. Kann mit der auch über Waffen reden. Das würde der auch bestimmt gefallen. Aber es geht hier ja nicht. Plaudern. Ne, geht das schon. So, der Rumpel, der müsste auch mal zu Hause sein. Der Rumpel, der kann denn hier Schlaf finden. So. Der Walle, der Walle, der... Warte mal. Alter, wo... Hat er die... Hat die Schlümpel den einfach stehen lassen? Das ist ja unfassbar. Was macht die denn da jetzt? Geht die das eigentlich in die Schüssel berettern? Natürlich. Oh, ist das... Oh, da steckt... Da steckt ein Pottwoll in meinen Arsch. Na, so. Hat die gerade gerübst? Wie ekehaft. Was... Was zur Hölle? Freundlich. Kenyan. Freundlich. Kompliment überhausen machen. Ich, äh... Nicht, wie das gar nicht ist. So. Ähm. Lustig. Grimastischen. Oh, nee. Lustige Geschichte erzählen. Auch noch. Wenn das jetzt nicht so... Schlimm ist. Weiß ja nicht. Gehst du gerne auf Bühnen und... Was ist das? Nee. Ich fresse Bühnen lieber. Mh. Die schmecken so gut. Schöne Bühne. Mach. Ist doch dir... Ist doch Dirigenten... Boah, ja. Trigenten. Schön mit Senf oder Ketchup. Boah, mh. Die brate ich mir schön in der Pfanne. Machen die auch Musikwähre, die da braten? Oder... Nee. Ich bin nur müde. Schönes Haus. Ja, ich bin aber immer noch müde. Isst du gerne Tacos? Nein, ich bin müde. Hab ich doch schon gesagt. Boah. Bist du so müde, dass du eine Sirene läuten könntest? Sieg und die Gagling, du Gagling. Ach. So, ähm. Ich glaub, die wollen schlafen. Deswegen geht der Walle mal nach Hause. Können die nicht einfach mal in den Park? Ich mein, gut. Wer geht schon 20 Uhr abends in den Park? Aber ich mein... Alter, drei... Was? 22 Uhr schon? Oh. Wer geht 23 Uhr in den Park? Aber ich mein... Wenn man hier abends, äh, schon Besuch von solchen Individuen kriegt, dann, ähm... Ja, es ist, äh... Schläft der Rumpel? Ich hoffe es. Ah, er schläft. Gut, der Walle, der kommt ja wieder nach Hause. Der kann mal... Einen in die Schüssel berettern. Der kann mal sauber machen und den einen in die Schüssel berettern. Ach, nee. Halt! Ha! Esser mal. Das ist völlig falsch, was ich hier grad mache. Erstmal benutzen und dann säubern. So. So ist das. So wird auch ein Schuh draus. Nein, du kriegst jetzt keine Pizza. Oh Mann, ich kann auch eine Pizza essen. Ich hab sogar noch... Einen Hirsch... Wie gesagt, ich... Ich lese das nicht mal vor. Ich... Wenn es neu ist, dann schon, aber... Hirsch beobachten. Du kannst deinen Hirsch in die... Kannst du deinen Hirsch in die... In der Porzellan-Schüssel beobachten. Pff, reden die da! Hast du mir eine Rakete gesehen? Ich geh ab wie eine Rakete! Wibnets, Triggelfloor! Nee, ich glaub eher wie ein Düsenjet! Lass uns mal ein Be... Mhm, eine Stem. So freundlich. Ach, die ist müde. Die verscheuchen nicht. Kann man die verabschieden? Nee. Freundlich. Kompliment machen. Hey, du siehst gut aus! Futter! Warum klicke ich ja eigentlich immer auf die Brüste? Das ist... Das ist... Irgendwie blöd! Was? Ach so, anhören. Der Wallen? Der sieht ja richtig gut aus. Der könnte mal was zu essen kochen, einfach. Obwohl, die stören ja alle. Die hängen ja alle in der Küche rum. Ich weiß nicht warum, aber... Ja, spaßenshalber kann er ja auch mal ein bisschen der Ziple aufnehmen. Der Gronkh, Mensch. Die soll nicht so viel interagieren. Das kommt nicht so gut. Viel auf die Brust klicken. Zusehen. Oh, ey, Alter! Wo hat sie denn den Dreckhuch hergeholt? Die ist doch eigentlich sauber. Das... Ich hatte mal eine Fahne, ne? In so einem Disco-Club. Da hatte ich so eine Fahne einfach. Und da bin ich gegen einen Baum gelaufen. Einen riesigen Baum. Der hing... Der war so groß, der hing mit der Baumkrone in den Wolken. Da habe ich ein Auto gesehen mit einer Sternschnuppe drin. Als Fahrerwäste. So besoffen war ich da. So. Ich rede nur scheiße. Ich weiß auch nicht. Über Kunst reden. Ich weiß ja nicht. Alter. Der muss ja auch bald arbeiten. In sechs Stunden. Sechs Stunden. Ich weiß gar nicht, was die noch machen sollen. Ich kann die jetzt 20 Uhr nicht in den Park schicken, oder... Oder um einse. Ist das um einse? Alter, ein Uhr. Ein Uhr morgens, Alter. Und die zocken da und machen Entumen. Das ist ja unfassbar. Warte mal, kann man... Kann man mit der nicht in den Park gehen, noch? So ein bisschen? Aber der muss... Der muss mal auf Klo... Benutzen. Anhören. Das ist eigentlich unfreundlich. Wenn man... Wenn man... Was anhört... Naja. Willst du mit mir vögeln? Willst du mit mir vögeln? Nö, ich gehe doch auf Klo. Alter, folgt der dir jetzt auf Klo? Nee. Wollte schon sagen. Das wäre ein bisschen... Krass. Ach, die spielt Dart. Das ist ja super. Das ist ja geil. Lara Croft beim Dart spielen. Das ist ja geil. Lara Croft beim Dart spielen einfach. War Hammer. Was macht sie da? What? Was war das denn? Was hat jeder da gemacht? Hä? Kann man das selber bestimmen, wo die ja... Ran soll? Oder? Wäre krass. Wäre cool eigentlich. Weil das habe ich noch nie gesehen. Wenn sie da gespielt haben. So Geronk. Was? Du kannst mit... Alter, mein Magenknot. Man hat ja auch Hunger. Man nimmt ja auch immer auf, wenn man... Wenn man Hunger hat. Das ist... Na, ich esse nachher was. Erst nachher schon Fischstäbchen. Hm. Hm. So. Die Lara. Ähm. Fröi. Kann man... Gruppe gründen. So. Oder... Oder... Wo ist... Ja, dann geht doch mal hin da. Alter, die ist so müde einfach. Bin zu müde und was sind dann die? Vielleicht, wenn ich mich ausgeruht bin. Ja, okay. Gut, dann kann er die verabschieden. Na gut, bitten zu gehen wäre... Joa, kann man machen. Die hat ja schon beinahe als Freundin gekriegt. Das ist ja super, aber... Ich will nochmal in den Park. Der ist ja eigentlich auch in der Nähe, ne? Wo ist der Park? Das ist der Rundepark. Da ist noch ein Rundepark. Was? Besuchen. So. Ja, ein Rundepark besuchen. Ich meine... Ähm... Ja, ich... So eigentlich ein Stadtpark sein, aber... So, macht er kein Auto? Warum? Ja. Rennpferde... In der Stadt rennt Pferde rum, natürlich. Es ist... Es ist... Ne. Da steht... Was? Da steht ein breitbeiniges Pferd auf der Straße. Ein breitbeiniges Pferd auf der Straße. Das ist so horny. Weißt du? Alter. Coole Frisur. Coole Frisur. Ich streichel dich mal. Zzz. 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 Naja. Naja. Lassen wir das. Oh. Ja, die habe ich ja... Aber im Park ist ja keine auch. Ich meine, gut, es ist ein Uhr morgens. Es ist normal. Normal? Äh. Wo steht denn Auto? Kann man die klauen? Schade. So geht die A-Style-Weste. Schade, geht nicht. Curly? Die ist ja doch rein im Park. Freundschaftlich begrüßen, mitmachen, spielen. Kann, kann Gronkh ja machen. Wäre super. Da brauchst du so noch Spaß. Der Walle zockt. Der Walle hat aber wieder Hunger. Rumpelpen. Spiele ich jetzt mit ihr, oder? Oh, zwei. Das ist super. Was? Musch? Alter. Was reden die da? Was? Ich habe ein neues Haus, ja. Ist zwar nicht neu, aber... Fail. Deftig gefailt, würde ich mal sagen. Pff. Redazine. Nashtubi. Was ist ein schönes neues Haus? Mit Glühbirnen. Alter, wie großartig ärgert man immer. Aber ich werde den Walle mal was zu essen schicken lassen. Eigentlich kann er sich ja was zu essen machen. Haben sie jetzt was im Kü... Küllschrauben. Aufräumen. Dann... Frühstück? Vier Uhr morgens Frühstück? Ich meine gut, ja, aber... Alter, der... So vier Uhr morgens schon wieder. Alter. Wann gehen denn die schlafen? Und ich werde nicht mal müde? Alter, krass. Naja. Ja, Pfannkuchen, Waffen? Nee. Ach komm, denn... Friste mal bei Ronin, das ist gut. Dann hat es sich das. Ich habe auch Hunger, ey. Ja, ich beschwere mich, warum ich... Weil ich Hunger habe. Eigentlich hätte ich... Könnte ich schon längst was dagegen machen. Nur was zu essen machen, aber... Ich will auch spielen. Yay, gut. Na, los komm. Nee. Oh. Oh, super. Du hast gecheatet. Läng die nicht ab beim Spielen. Das war unfair. Finde ich irgendwie cool. Wenn die hier so interagieren. Dann würde ich mal sagen, ab nach Hause, ne? Ha, Kaplark! Ein begeisterungsfähiger Sim... Ach, Alter, ist das... Lauf! Lauf! Lauf, Gronk, lauf! Was ist das denn? Das sieht ja komisch aus. Weil wenn er in einer Stunde zur Arbeit muss, dann... Muss er noch was essen. Essen! Essen fassen, Gronk. Was ist mit der Energieleiste los? Die verlieren hier fast keine Energie. Ist das ein Bug? Weil... Ich weiß es nicht. Ich... Aber von Rumpel, das klappt doch hier. Oh, Gashiba, Dau. Rumpel ist wach. Der Kamera... Äh, Kamera... Kaum. Aber ich weiß nicht, warum... Die sind irgendwie dauerwach oder was. Ich weiß es nicht. Lass den guten Mann doch mal essen, bitte. Lass ihn doch mal essen. Mann, gibt's doch nicht. Wie sieht sein Berufsstatus überhaupt aus? Oh.